Heute spreche ich über ein sehr wichtiges Mindset, vor allem jetzt gerade zum Zeitpunkt Aufnahme hier im November, wenn es in die Weihnachtszeit geht, beziehungsweise die Vorweihnachtszeit, und zwar, dass dein Erfolg sich zwischen Silvester und Weihnachten darstellt und nicht zwischen Weihnachten und Silvester. Deswegen bleib auch hier bis zum Ende dran, damit du mit diesem Mindset dann auch in der Weihnachtszeit selbst diese vollumfänglich genießen kannst, ohne dir ein schlechtes Gewissen machen zu müssen. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in den Wunsch zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskelkultur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. An der Stelle wird es wahrscheinlich eines meiner kürzesten YouTube-Videos bzw. Podcast-Folgen überhaupt sein, weil ich glaube, man kann es hier in sehr wenig Inhalt und Satz auf den Punkt bringen, was ich in den vergangenen acht Jahren mit über 400 Personen in der Zusammenarbeit immer wieder als Kernthema hatte, jetzt in der Vorweihnachtszeit als auch in der Weihnachtszeit und dann im Übergang ins neue Jahr. Du David, was mache ich jetzt? Ich bin gerade vielleicht in der Situation, wo ich merke, ich habe die ersten Kilos verloren, ich bin in meiner Trainingsgewohnheit drin und jetzt kommt die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtszeit oder auch das neue Jahr und ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich Angst habe, dass ich mir dort meinen Erfolg kaputt mache, dass ich aus meiner Gewohnheit meiner Routine falle und das will ich nicht. Ganz wichtig an der Stelle ist hier, wenn du dir das Jahr runterbrichst und die 365 Tage dir in Summe ansiehst, der Erfolg am Ende des Jahres bleibt stehen und bestimmt sich durch die 300 Tage Alltag, die du hast und nicht über die 65 Tage der Eventualität, also sei es ein oder vielleicht mal eineinhalb Tage pro Woche, ganz grobe Mittel, wo du einfach Eventualitäten hast, wie dein Geburtstag, die Geburtstagsfeier von deiner Partnerin, deinem Partner, deiner Frau, deinem Ehemann, deinen Kindern, sei es ein Jubiläum in der Arbeit, sei es vielleicht auch eine Betriebsfeier, eine Weihnachtsfeier, all diese Eventualitäten machen am Ende des Tages nicht den Unterschied aus zwischen Start und Endpunkt, also zwischen Start und Erfolg, sondern eben die 300 Tage Alltag im Jahr, in denen du es selbst in der Hand hast, weil diese Eventualitäten nicht herrschen. Wenn du dieses Mindset dann überstülpst auf die Weihnachtszeit, dann bestimmt sich einfach der Erfolg zwischen Silvester und Weihnachten und nicht zwischen Weihnachten und Silvester. Heißt, mein Ergo wird fortlaufend sein und war es auch schon in den letzten acht Jahren. Genieß die Zeit, lass doch ruhig mal die Zügel locker, weil jeder von uns hat mehr als ausreichend Verbindlichkeiten im Alltag, mehr als genug Dinge auf der To-Do-Liste stehen, muss für mehr als genug Dinge Tag ein, Tag aus da sein, um nicht auch mal selbst diese Zeit wirklich genießen zu können mit seiner Familie, seinen Freunden, seinen Verwandten, dort einfach mal auf fünf gerade lassen sein zu dürfen. Und glaub mir eins, wenn du dort mit dem entspannten Mindset und dieser richtigen Haltung dann auch in diese Zeit reingehst, sie genießt, dann wird dir daraus resultierende Stress für deinen Körper, also umgemünzt letztlich wieder mehr Kilos auf der Waage, größerer Bauchumfang, deutlich weniger ein Thema sein, wie es wenn du mit extrem engen Scheuklappen in das Thema reingehst und sagst, du, ich darf jetzt nicht an Weihnachten bei der Gans um einen Ticken mehr oder weniger zu mir nehmen, sondern das muss wirklich hier im Rahmen bleiben, weil den Stress du nicht damit einfach selbst aufbürdest, wirst du merken, macht am Ende des Tages einfach den viel, viel größeren Unterschied, wie es wenn du es wirklich mal genießt. Genießen lässt auch ganz bewusst, weil letztlich hier der ganze Aspekt von Stress über wiederum dann auch Cortisol in deinem System deutlich weniger ein Thema macht und dadurch, dass du es dann auch wirklich genossen hast und auch weißt, okay, ich habe es mir in der Zeit jetzt einfach mal gut gehen lassen, wirst du auch merken, dass du mit einem ganz anderen Inseladen wieder ins neue Jahr gehst, ganz anders wieder in deinen Alltag reinfindest und nicht die ganze Zeit nur das Gefühl hast, dass du mit sehr engen Zügeln durch den Alltag reitest und eigentlich gefühlt nie wirklich einen Abstand davon hattest, weil genau darum geht es am Ende des Tages auch eine nachhaltige und langfristige Integration des Ganzen in deinen Alltag zu schaffen und nicht jetzt wieder an der Stelle kurz vor Weihnachten dir den Kopf zu zerbrechen, wie mache ich das an der Familienfeier, wo ich nicht weiß, was gibt es, wie mache ich es an der Weihnachtsfeindefirma, sondern lass sie wirklich auch mal fünfe gerade sein und das, wie gesagt, sage ich aus der Erfahrung der letzten acht Jahre, die Frage wird immer wieder aufkommen, deswegen hier auch hoffentlich für die Zukunft dann auch einen Inhalt, den ich referenzieren kann und wiederholt darauf hinweisen kann, dass es hier mir wirklich ein Anliegen ist, bei diesen Eventualitäten einfach mal die Zeit wirklich zu genießen, weil, glaube mir, am Ende des Tages auch die Frage nach Zufriedenheit im Alltag macht sich auch daran fest, nicht wie stark du immer nur aufs Gas treten kannst, sondern auch, dass du mal weißt, wann du auf die Bremse treten darfst, damit du halt nicht mit 180 Sachen in der Kurve rausfliegst. Und an der Stelle hoffe ich, dass dir hier dieser Ansatz dann auch dein Zugang für die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtszeit selbst und den Übergang ins Neujahr dann auch deutlich leichter gestaltet und du es hoffentlich dann auch besser und intensiver genießen kannst als die Jahre zuvor. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, genau mit so einem Mindset will ich langfristig mich auch in meinem Körper wieder wohlfühlen, ich will abnehmen, ich will Muskulatur aufbauen, ich will meine Schmerzen überwinden oder mich auch endlich einfach so in meinem Körper wieder wohlfühlen, kannst du sehr gerne auch direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auch auf meiner Homepage stafelbachmeier.com die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Da kontaktieren wir dich in der Form dann auch erstmal telefonisch, finden gemeinsam raus, wo du stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A noch B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um im Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und du gleichest auch sehr gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen Gegenden Medien findest. Investe dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit, gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung, um dem Algorithmus Daten zu liefern, damit er diese Inhalte nochmal mit mehr Menschen teilt. Wenn du jetzt hingegen sagst, du willst mich erstmal gerne privat persönlich kennenlernen, auch kein Problem, schreib mir gerne auf Instagram über private Nachricht und das finden wir dort gemeinsam in den Austausch. Insofern hoffe ich dir hier auch nochmal ein zukünftig wiederverwendbares Mindset mit an die Hand gegeben zu haben. Ich wünsche dir vorab an der Stelle auch schon mal eine angenehme, frohe Weihnachtszeit. Genieße sie mit deinen Lieben, mit deiner Familie und schreib dann auch wieder mit neuem Schwung und Elan ins neue Jahr. Und insofern freue ich mich, dich dann auch in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer noch das Beste. Bis dahin, dein David. Bis dahin, dein David.